Es ein ziemlich geniales Ministerium ist. Das Beste von Bayern, Heimat und Hightech. Im Bayerischen Landtag eine Mehrheit zu finden für ganz umkämpfte Gesetze, wie das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz. Ich freue mich aber auch, dass wir einen großen Aufschlag machen konnten für die Universitätsmedizin, für den Denkmalschutz, für unsere großartigen Kultureinrichtungen im ganzen Land. Es macht Spaß, in Bayern aus dem Vollen schöpfen zu können. Bei noch mehr Terminen noch pünktlicher zu sein. In München beides. Wieder noch. Knapp Sprechtheater. Ich glaube, ich kann irgendwie beides.